So meine Freunde, willkommen in Welt 6 im Glitchgletscher, bester Name. Hier findet ihr alle Levels unten in der Videobeschreibung und wir machen es natürlich zu 100% alle Geschenke und wir fangen mal an mit Welt 6.1. Kommen wir gleich mal. Alright. Also es ist natürlich super schön rutschig, man kann sich das denken. Aber so kommt er jetzt durch die Dinger durch zumindest. Und sie ist auf jeden Fall nice, klingt wie bei Zelda. Also nett. I hate you too. Ach, das ist, also jetzt fängt es an, jetzt fängt es an, dass Nintendo nasty wird hier. Ich weiß schon, wie es geht, aber das muss halt vorher wissen, ansonsten no way. So. So, Elza. Reiner. Und die 2 2 A 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 vida A A A A A A So, mal das schon mal. Hey, ich bin ja schon dabei. Huri! Immer schön entspannt bleiben, Freunde. So, war doch gar nicht so lang. Next. Na, was du 쉬st? Oh, ich dachte, ich verkackst. Weg mit dem Schmutz. Jawoll, das war 6-4. Ehre. Zeit für 6-5. Komische. Ich muss ein Geschenk holen. Dann einmal hier. Dann wieder zurück. In Anführungszeichen. Ich wusste nicht, dass das hier geht. Wie es bei euch aussieht. Ich bin viel zu ungeduldig für das Spiel. Das muss ich auch mal sagen. Mehr als genug Zeit. Macht euch keinen Stress. Ja. Ja. Jawohl. Rein da. Rein mit uns. Ja. So. Mal zum nächsten. Seht auch da rum. Wir kommen wieder runter jetzt. Auch wieder Schiff. Ja. Super nochmal. So hätte ich das jetzt gemacht. I'm Approach. Ich weiß nicht, ob das zu 100% richtig ist, aber so hätte ich sie gut gemacht. Ich bin nicht mehr an. Huh! 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 Gott sei! Dann hab ich mir nicht die Reise. Oh ja, wie ich weiß. Ich kann's einfach nicht anders formulieren, ey. Der war anders übel, der Level. Gott sei Dank ist es rum. 6-5 verledigt. Kommen wir zu 6-6. Yay. Can't wait. So. There we go. I got it. Äh, wir nehmen einmal Polin. Ja. Wir gehen so durch. Ich kann einmal so machen. Nee, ich möchte das nur was anderes machen. Wir machen das dann eben. Genau. Können wir uns das Geschenk holen. Toll. Der Start, den wir fascht. Wunderbar. Jetzt können wir hier. Können wir hier. So. Und dann nehmen wir den. Und gehen hier rein. First Part erledigt. Wihihi. Kommen wir zum Second Part. Wir holen uns erstmal das Geschenk hier. Oh, okay. üble Falle gewesen, aber that is done, ladies and gentlemen. Deck 6 ist damit geschafft am Glitchgletscher. Und dann kommen wir zu 6mm. Here we go. Jetzt bin ich gespannt, was wir uns jetzt hier für einen Struggle auffallen. Okay. Ja, ich weiß doch scheit. Die Jungs hat's durchgezogen. Na, kommt. Rüber, Jungs. Wir nutzen das nicht, oder? Ah, jetzt rupfen sie doch hoch. Also, was denn jetzt, Jungs? Ist er jetzt dabei, oder nicht? Oh, oder? Ja, komm. Komm mal kurz hier rüber. Ah, ich muss jetzt auch hochkuchen gehen. Okay, was? Da kommt rüber, Jungs. Hier rüber. Ah, langsam machen, hier an der Stelle. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi. Ich bin jetzt irgendwie ratlos. Ah ne, bin ich nicht. Close One, aber hat funktioniert. Geschafft. Wunderbar. Stück für Stück ging das. Wunderbar. Level 6 mm. Ihr schafft. First try. Ja, ich erwarte böses. Halbe Stunde. Halbe, verpfotzte Stunde, mein Gott. Scheiße. Ja. 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 Ja.